Gestartet sind wir 2014, also seit circa neun Jahren haben wir Vendon im Einsatz und sind mit Vendon gewachsen dahin, wo wir heute sind. Das stärkste Tool ist die Routenplanung, weil damit haben wir unseren Tagesablauf. Damit können wir viele Sachen auffangen, wenn Mitarbeiter krank sind, Urlaub haben, können wir das in Sekundenschnelle umplanen, umsortieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass in der Zukunft ein Betreiben eines Vending-Unternehmens ohne Telemetrie unmöglich sein wird. Vendon ist der Schlüssel dafür, dass unsere Mitarbeiter viel effizienter, viel einfacher ihren Job machen können. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vendon sorgt dafür, dass wir viel schneller neue Leute einarbeiten können, denn es ist viel einfacher an den Geräten, die zu befüllen, wenn wir die Vorgaben durch Vendon bekommen. Wir können viel einfacher auch mit Hilfspersonal arbeiten, mit Studenten, mit Ferienjobs, weil die sehr, sehr schnell mit diesem einfachen System an den Geräten ihren Job machen können. Wenn ich mich erinnere, wie wir das früher gemacht haben, mit den ewigen Auslesen am Automaten. Die Befüller hatten durch die verschiedenen Automaten verschiedene Wege, um das auszulesen, haben dann Fehler beim Auslesen gemacht. Dank Vendon ist es nur ein Doppelklick an der Box und somit kommen alle relevanten Daten in die Cloud, die wir dann hier abrufen können und das Geld gegenzählen können. Ich würde sagen, 30 Prozent mehr Geräte mit den gleichen Mitarbeitern bearbeiten gegenüber, wenn wir keine Telemetrie hätten. Jeder, der Vendon in Einsatz bringen wird, wird sehr schnell erfahren, wenn er seine Arbeitsweise anpasst. Das ist das schönste Geschenk, was er sich selber machen kann. Ich werde dic Sud und Play in den AzulSAbenen abrufen, aber nicht mehr drawre. Ich befehlen würde, das sind jetzt schon in der CDU Grape mit heraus, haben Sie Ich habe die 편ien, die wir dann Dumm Vitamin nehmen finden. Beim Bildern an Erholen wir nicht eine Annaheinigung.